Hermann von Reich nahe auch Hermann der Lame, Hermannus Contractus, Hermannus Auginsis oder im Spätmittelalter irreführend Hermann von Wehringen genannt. Da er aus dem Geschlecht der Grafen von Alzhausen-Wehringen stammte, war ein Benediktiner und bedeutender Wissenschaftler, Komponist und Schriftsteller des Mittelalters, Leben. Abstammung Hermann stammte aus dem schwäbischen Dynastengeschlecht von Alzhausen-Wehringen. Er wurde als Sohn des Grafen Wolf R. II. und dessen Frau Hildroth in Oberschwaben geboren. Sein Geburtsort ist nicht überliefert. Krankheit Wegen einer Behinderung wurde er Hermannus Contractus bzw. Hermann der Lame genannt. Derzeit gibt es zwei Hauptannahmen über seine Krankheit. Unter der Annahme, dass er seit seiner Geburt behindert war und, wie sein Schüler Berthold schildert, niemals gehen lernte, liegt die Erkrankung an einer spinalen Muskelartrophie nahe. Punkt. Nach anderer Einschätzung war Hermann nicht von Geburt angelehnt und sprachlich behindert. Damit liegt der Krankheitsbeginn in seinen 20er Jahren. Unter dieser Annahme litt Hermann vermutlich an der jugendlichen Form der Amyotrophenlateralsklerose. Jugend und Alter Er kam im Alter von sieben Jahren im September 1020 in Klösterliche Obhut, wahrscheinlich in das Kloster Reichen A. Wo er 1043 unter Abt Bernow die Mönchsgelübde ablegte, bis zu seinem Tode hat er dieses Kloster vermutlich nicht wieder verlassen. Er erfuhr die damals übliche klösterliche Bildung und entwickelte sich zu einem herausragenden Kenner der Geschichte, der Musik sowie der Mathematik und der Astronomie. Mit Abt Bernow unter dem Hermann Mönch in Reichen Ava zählt er zu den bedeutendsten und vielseitigsten Gelehrten seiner Zeit und wurde als das Wunder des Jahrhunderts benannt. Er starb im Jahr 1054 und wurde in der Familiengrablege in Alshausen beigesetzt. Bedeutung Er war eine der führenden Personen seiner Zeit bei der Übertragung des bis dahin ausschließlich auf Arabisch überlieferten Wissens in der Mathematik und der Astronomie. So prägte er den astronomischen Begriff Al-Mukantarat für einen dem Horizont parallelen Kreis der Himmelsgugel. Künstlerisch trat er als Komponist und Dichter hervor. Seine Chronik ist eine Hauptquelle für die Geschichte des mittleren 11. Jahrhunderts. In Anbetracht seiner schwierigen Lebensumstände sind seine Leistungen, auf der Höhe der Wissenschaft zu stehen und aktiv zu forschen, sicherlich nicht zu unterschätzen. Trotzdem gilt er wissenschaftshistorisch gesehen nicht als die geniale und begnadete Einzelerscheinung des 11. Jahrhunderts. Er war wohl unter den führenden Gelehrten seiner Zeit und galt nach dem deutschen Mediawisten Arno Borst als der universal Gelehrte seiner Zeit. Seine eigenen Beiträge und Erfindungen konnten sich aber kaum durchsetzen. Seine eigentliche Bedeutung erlangte er vor allem als Kompilator, also jemand, der bereits vorhandenes Wissen zugänglich machte. Indem er es sinnvoll und übersichtlich anordnete, Hermann als Lokalheiliger. Hermann der Lame besitzt in Oberschwaben als Lokalheiliger einen hohen Stellenwert und wurde in zahlreichen Kirchen dargestellt. Eine formelle Heiligsprechung hat aber nie stattgefunden. Darstellungen in Kunstwerken In der sakralen Kunst wird Hermann oftmals mit Krücken oder beim Abfassen des Salve Regina dargestellt. Gedenktag evangelisch 24. September im evangelischen Namenkalender Römisch-Katholisch 24. September Werke Geschichtsschreibung Kroneiken Unter seinen Werken als Historiker ragt die in lateinischer Sprache verfasste Die Zeit von der Geburt Christi bis in das Jahr 1054 schildernde Weltchronik Kroneiken heraus. In ihr bezieht er nicht nur sich selbst, seine Geburt und seinen Schulanfang, sondern auch seine Familiengeschichte in die Zeitgeschichte ein. Seine Weltchronik wurde nach dem Tod Hermanns auf dessen Wunsch hin von seinem Schüler Berthold von Reichen a. bis zum Jahr 1080 fortgesetzt. Bertholds Fortsetzung setzt mit der Lebensgeschichte Hermanns des Lahmen ein. Gestatschuradi e Heinrichi Imperatorum Vermutlich nicht erhalten Wahrscheinlich handelte es sich nur um Zusätze zur Gestatschuradi des Vipo. Presbyter Musik de Musica Die von ihm entwickelte Notentheorie ist in dem Werk de Musica niedergelegt. Sequenzen Punkt Sequenzia de Bita Maria Vergine Gratisonosia archia Rex regum di agne Benediccio trine unitati Exchergei totus almaifonus Antiphonen Die Antiphonen Almare de Emptores Matera und Salve Regina werden ihm des Öfteren zugeschrieben. Historien Afra of Icium et Brambach 1892 Andere, wahrscheinlich nicht mehr Erhaltene, laut der Vita seines Schülers Bertholdt. Astronomie Mathematik Libra de Mensura astrolabii, wahrscheinlich von Gerbert von Aurilac und von Hermanus überarbeitet. De Utilitativus astrolabii libri duo wahrscheinlich nur Kapitel 1 von Hermanus. Demenze Lunari, über die Länge des Mondmonats et. Meier Einsiedeln 1887 De Horreligiorum compositione, fragment et. Oesch 1961 Regulé in Computum Zusammenfassung über die kirchliche Zeitrechnung et. Nadja Germann de Temporum ratione, leiden 2006. De Conflictu aritmi machie et. Vapla 1892 Qualita Multiplications fiand in Abaco et. Treutelein 1877 De Geometria Dichtung Opusculum Herimani di Octovicius Principe Libus Anonnen Gerichtetes Lehrgedicht über die acht Hauptklaster Neue Ausgabe Hermann der Lame Opusculum Herimani Eingeleitet Herausgegeben und übersetzt von Bernhard Hollig Heidelberg 2008 Versus Pro Epitaphia Profiomatris es war er als Einschub in der Chronik Matyrologium et. Dümler 1885 Textausgaben Hermann von Reichner, Kroneiken Beab von Rudolf Buchner In Werner Trilmich Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches Siebte um eine Nachtrag erweiterte Auflage Darmstadt 2000 ISBN 3-534-00602-XS 615-707 Herimani Auginses Kroneikena 1-1054 In Georg Heinrich Petz unter anderem Scriptores 5 Analyse e Chronica A.E.V. Isalici Hannover 1844 S. 67-133 Opusculum Herimani Eine Vers- und Lebensschule HSG und übersetzt von Bernhard Hollig Mattes Verlag Heidelberg 2008 ISBN 978-3930-978960 Tonträger The Miracle of the Century Das Wunder des Jahrhunderts Hermanus Contractus Hermann dem Lahmen von der Reichen A. Ensemble Ordo Virtutum für Musik des Mittelalters Leitung Stefan Johannes Morendt Edition Raumklang 2013 13 13 13 23 12 14 15 16 17 20